So Leute, ich bin's Partyim und es ist Mittwoch und ja, ich sag's gleich, tut mir leid, dass ich so spät das Video erst mache. Aber ja, jedenfalls, so, jetzt kommt da das Passwort für diese Woche. So, dass ihr halt das seht, dass ihr halt das besser seht. So, Löwentrophäe und blaue Münze, passt. So, ja, ich speichere mal so später. Aber ja, na jedenfalls, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist jetzt das sechste Europa-Passwort, beziehungsweise vom deutschsprachigen Joke Wotschold. Und das Passwort, weil die anderen europäischen Joke Wotsch, die nicht vom deutschsprach sind, haben andere was so gehört habt. Und so, aber ja. Okay. Ciao.